Wir haben die Initiative Qualität ist Mehrwert vor zehn Jahren mitgegründet. Wir halten sie für wertvoller denn je. Der Kfz-Ersatzteilmarkt wird immer unübersichtlicher. Denken Sie an Nischenfahrzeuge oder auch neue Antriebe. Gerade die freie Werkstatt steht oft mit dem Namen des Inhabers für ihre gute Arbeitsleistung. Dazu gehört einerseits die Arbeit selbst und andererseits aber auch die Qualität der verbauten Teile. Gerade hier leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und zur Information. Hier ist Qualität wirklich Mehrwert. Wir danken allen Unterstützern sehr herzlich und gratulieren zum Jubiläum.